Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Mein Name ist Juli von Yushano und wir sind gerade auf der Suche nach Bruder Genie TV. Wir haben auch schon einen von Arlimans Rittern gefunden, die ja auf der Suche nach der Urne der Heiligen Asche waren. Und der lag da bei dem Händler. Weltkarte. Wie Weltkarte. Hä? Achso, ich bin halt noch im Dorfhaven. So, in Händenhaven haben wir dieses... Was? Ich hab da ein Leichtgegen? Wie ihr wünscht. Ich hab da eine Kiste übersehen? Bin ich krank? Ich weiß es nicht. Ich hab währenddessen ein bisschen... Während ich den Ton exportiert habe gerade, das ist immer noch nach der letzten Aufnahme, ein paar Bomben gebastelt. Kultist. Ah, da sind noch mehr Kultisten. Das sind alles Kultisten? Die... Das ganze Dorf besteht aus Kultisten. Das war so fein. Uno. Dos. Genau so wird es geschehen. Du kannst nicht weglaufen. Du kannst nicht weglaufen. Ha. Ich glaub, wir haben es geschafft. Ich glaub, das war's. So, und so, liebe Freunde, löscht man ein gesamtes Dorf aus, weil die alle böse Kultisten sind, die was mit dem Verschwinden von Bruder Ginny Tevi und seinen Gittern zu tun haben. Tja, blöd für die. Da war ein Haus, in das ich reingehen konnte. Erst wollte ich die ja nicht ausplönern, aber weil die mich alle angegriffen haben und ganz komische, seltsame Leute sind. Äh. Da. Ne? Ich wollte das Dorf nicht auslöschen. Es ist so, sie haben mir keine Wahl gelassen. Sie haben mir einfach keine Wahl gelassen. Ich hatte keine Wahl. Und jetzt nehme ich all ihr Haaren gut mit. Sie brauchen es ja nicht mehr. Oh, hey, ein Liebesbrief. Ja, Liebesbrief von Adeligen. Gut, dass ich da nochmal reingegangen bin. Ihhh. Dieser Altar wurde kürzlich benutzt. Das Blut ist noch flüssig und läuft in dunklen Rinnseilen an den Seiten herunter. Vielleicht wurden hier Lebensmittel zubereitet. Blutet vielleicht so stark? Ich versuche nur, optimistisch zu sein. Die andere Erklärung ist weitaus beunruhigender. Ich frage mich, die Krähen haben oft Blutopfer gebracht und dadurch unheimliche Fähigkeiten bekommen. Dieses Dorf ist wohl nicht, wonach es aussieht, oder? Nope. Dumm nur, dass wir das schon wussten. Ah, Quest aktualisiert und Kodex aktualisiert. Ich hätte vielleicht doch in das Haus gehen sollen. Ab jetzt höre ich nie wieder auf mein Gewissen. Mein Gewissen lügt mich an. Oh, hey. Die Tour glitzt jetzt gar nicht. Ist mir jetzt schon viel. Er war gerade abgehackt. Tja. So, wie da ist? Ich glaube, da kann ich... ...ins Haus nicht rein. Ich habe da ganz komische Hintergrundgeräusche gehört. Wo ist das Kind hin? Das wird mich mal dieser kleine, unheimliche Junge. Wo ist der hin? Und wo geht's hier hin? Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Aha. Warum haben die Krähen euch hergeschickt? Nein. Leder Peter. Gott sei Dank. Gibt es einen Grund, warum sie mich nicht hätten schicken sollen? Jede Menge sogar. Beginnen würde ich damit, dass ihr ja wohl nicht gerade der Beste in ihren Reihen seid, richtig? Verleumdungen und Lügen. Schämt euch, Alistair. Ich bin nicht dumm. Zumindest nicht immer. Ihr seid kein Neuling. Aber ich habe euch im Kampf gesehen und weiß, dass ihr bei weitem kein Meister darin seid. Ja, das stimmt. Hätte ich vor, aufrecht zu kämpfen, könnte das in der Tat ein Problem sein. Aber laut euren Worten verfügen die Krähen über meisterhafte Meuchelmörder mit jahrelanger Erfahrung. Warum wurde keiner von denen geschickt? Ja, warum nicht? Daran werden noch Generationen rätseln. Oh, schon klar. Ihr werdet es mir nicht sagen, stimmt's? Morrigan sagte, ihr werdet scharfsinnig. Da hat sie nicht gelogen. Das hat sie mit Sicherheit nicht gesagt. Ich mag die Gespräche. Es ist einfach echt schön. Ich liebe dieses Spiel abgrundtief. Okay. Wir haben hier Hinweise gefunden. Wir müssen noch nach Redcliffe. Dorf Redcliffe. Nicht Schloss Redcliffe. Wenn ich mich nicht täusche. Für eine andere Quest. Da ist der Laden. Da können wir jetzt momentan nicht mehr so viel tun. Da kommen wir zur Weltkarte. Und so wie ich das verstanden habe, kommen wir da auch zur Weltkarte, wenn wir weiter hochgehen. Okay, kommen wir nicht da. Es ist so ein bisschen Kampf. Hallo, vollpistenfreund. Die Kämpfe mit Fäusten. Das ist aber nicht so klug. Ich glaube, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Auf geht's. Ruhe. Gutes Bogen, Schütze. Die haben aber große Äxte. Aua. Das tut doch weh. Ich bin mal nachgedacht. Ihr könnt sowieso nicht gewinnen. Ich bin fucking grauer Wächter. Ich habe doch einen anderen fucking grauen Wächter dabei. Ich meine, graue Wächter knockt man nicht einfach so aus. Das funktioniert so einfach nicht. Sonst wäre es so unglaublich einfach für die dunkle Brut, die Welt zu überrennen. Ihr Undankbaren. Was macht ihr, wenn ich nicht da sei? Ihr werdet so oder so ein Sturm. Du meinst das, was wir noch nicht ausgelöscht haben von dem Dorf? Vielleicht ist der kleine Junge da. Der war gruselig. Den fand ich süß. Frag nicht warum. Der war süß. Hallo, Freunde. Ich hätte vorspeichern sollen. Kann ich jetzt noch sprechen? Sind wir über allermachen gesegnet. Wir wurden von der Heiligen und Geliebten selbst als Wächter auserwählt. Magier. Uns allein ist diese heilige Pflicht auferlegt. Frohlocket meine Brüder und öffnet eure Herzen für sie. Hebt eure Stimmen und verzweifelt nicht. Denn sie wird ihre treuen Diener zu sich nehmen, wenn... Hi. Ja, willkommen. Ich habe schon gehört, dass wir einen Gast im Dorf haben. Habt ihr euren Aufenthalt in Haven bisher genossen? Es reicht. Es ist zu spät. Es ist längst zu spät vorzugeben, die sei ein normales Dorf. Ich habe die Ritter aus Spät getötet. Ich sah die Leichen. Ich habe mir beflucht. Oh Gott, ich habe hier eine ganze... Die Leute hier waren nicht sehr gastfreundlich. Hier. Dass meine Brüder passiert, wenn man fremden Zutritt zum Dorf gewährt. Sie haben keinen Respekt vor unserer Privatsphäre. Wenn wir nichts tun, wird er anderen von uns erzählen. Und was dann? Ihr versteht unsere Lebensweise nicht, Fremder. Und genau das könnte Haven den Krieg bringen. Ihr werdet sterben, wenn ihr euch mir in den Weg stellt. Eure Angst, dass ich euch den Krieg bringe, ist berechtigt. Nichts anderes verdient ihr. Was ist mit Bruder Genitivi? Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir schulden euch keine Erklärung für das, was wir tun. Wir erfüllen eine heilige Pflicht. Sie nicht zu beschützen, wäre die größte Sünde. Uns wird alles vergeben werden. Komm her, kleiner Magier. Komm her. Euch wird gar nichts vergeben werden. Oh, ich hab kein Ziel. Auf ihn. Wenn du weiter im Kreis laufst, kriegst du ihn gar nicht mehr. Guter Junge. Wo ist der Rest vom Dorf? Hier stand noch mehr unholde Menschen. Gib mir deinen Hab. Und gut. Kultistenmedallion. Okay, ich hab ein Kultistenmedallion. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub, war Haven nicht irgendwie dafür zuständig, den Eingang zu bewachen oder so in der Art. Dass es deswegen geheim war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, was sie tun, nicht richtig. Können ich einfach durch die Gegend laufen und irgendwelche Leute töten? Dann sollen sie so weg... Ja, gut. Wir machen im Grunde nichts anderes. Das ist schon richtig, aber... Wir sind auf Mission. Wir müssen die Welt retten. Was retten die denn damit? Außerdem opfern die Menschen. Wer opfert Menschen? Sowas macht man nicht. Es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Man opfert keiner anderen Menschen. Das ist eine Regel. Die hab ich gerade aufgestellt. Ich bin so klug, wenn nur mehr Menschen auf mich hören. Das war ein Witz. Nicht, dass jetzt alle... wieder... schreien. Ey, da gibt's etwas. Dankeschön. Irgendwann wird mein Inventar voll. Ich habe Angst. Wo ging's denn? Es geht nur noch weiter hoch. Also ich weiß, dass die Urne in der Heiligen... Also ich weiß noch, dass die Urne der Heiligen Asche in einem... Da ging's ganz weit hoch und es war ganz viel Eis. Ich dachte, es wäre hier, dass es da weiter geht. Ich hab von dem Weg ja auch schon nicht gefunden. Da geht's nur raus. Da geht's raus. Das ist das komplette Dorf. Hier ist Finish. Hm. Das wird aber blöd. Wo muss ich denn hin? Weil da ist ja... da ist ja... da ist ja vorbei. Okay. Scheinbar ist Haven nicht der... nicht der Ort, den wir brauchen. Das ist Taktik. Ach, das. Benutze ich irgendwie nie. Tja. Das war's mit Haven, würde ich sagen. Ich glaub, wir haben uns jetzt ausgelöscht. Hey! Todeswurzel. Das ist ganz gut. In... Anbetracht der Tatsachen. Warte mal. Lassen wir das mal ganz kurz. Ich würde gerne erst mal sehen, was die Quest dazu sagt. Da, die Urne der Heiligen... Der Heiligen Asche. Finde heraus, was die Bewohner von Haven verbergen. Du hast in Haven seltsame Dinge bemerkt. Nicht alles ist so, wie es zu sein scheint. Und du vermutest, dass die Dorfbewohner etwas verbergen. Ah. Ja, aber das hab ich doch jetzt rausgefunden. Hab ich was übersehen? Ich wüsste nicht, dass ich was übersehen hab. Ich mein, sonst geht es ja nicht weiter. Das ist doch kacke. Und wo ist das Kind hin? Wo sind die anderen hin? Das ist der Laden. Wo sind die anderen Leute hin? Da waren auch noch mehr. Ich hab bestimmt irgendwas übersehen in dem Haus. Vielleicht ging es da noch runter oder so. Ich weiß es nicht. Oh, Gott, blöd. Kein Problem, renne ich eben nochmal hoch. Das kann auf jeden Fall nicht alles gewesen sein. Uns fehlen ja noch Informationen. Da geht's nicht weiter. Definitiv nicht. Da geht's auch definitiv nicht weiter. Okay, dann muss es da ja noch irgendwas geben, was wir übersehen haben. In den Seiten war ich. Hä, da geht's doch noch rein. Achso. Doch, hier war ich auch. Ich finde auch kein Buch oder irgendwie sowas, was ich lesen könnte. Ich kann mit mir selber reden. Ach nee, das ist Finn. Ich muss gerade sagen. Das wäre ein bisschen seltsam. Ich gehe die Bücher doch immer ab, weil man halt das manchmal nicht sehen kann, dass man die lesen kann. Da ist zu. Aha. Ich wusste, ich hab was übersehen. Oh hey, wir haben den Bruder gefunden. Mit dem Quatschen wäre gleich. Vorher speichere ich nochmal. Wir haben Bruder Genitivi gefunden. Und eine versteckte Kiste. Das war doch so klar, dass das nicht so einfach ist. Also es ist schon einfach. Hätte man die blöde Wand einfach gesehen. Aber nein. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt muss ich nochmal durchlaufen. Gut. Bevor ich mit dem sehr gelangweiligten Bruder Genitivi spreche, speichere ich erstmal. Na, Alter? Wer seid ihr? Wurdet ihr geschickt, um es zu Ende zu bringen? Nein. Bruder Genitivi? Ihr gehört nicht zu ihnen. Dem Erbauer sei Dank. Habt ihr die Urne gefunden? Mit Kniefall und Tränen? Das nicht. Aber weiß ich, wo sie ist? Absolut. Höven liegt im Schatten des Berges, der die Urne enthält. Es gibt dort einen alten Tempel, der zu ihrem Schutz errichtet wurde. Die Tür ist immer verschlossen. Aber ich kenne den Schlüssel. Eirik trägt ein Medallion, das die Tempeltür öffnet. Ich habe gesehen, was er damit alles macht. Dieses Medallion? Ja. Das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg. Dann zeige ich es euch. Okay. Äh. Fragen hab ich. Na gut. Was schwebt euch vor? Wisst ihr von den Rittern, die ausgesandt wurden, nach euch zu suchen? Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Eirik sagte, er habe sie überfallen. Einige getötet, andere zum Verhör hierher nach Haven gebracht. Er war so selbstgerecht, so arrogant. Er schien ihn zu freuen, dass er diese Männer gefoltert und getötet hatte. Oh nein. Nein. Also, Eirik wird niemanden mehr beherrlichen. Gut. Eirik und seine Anhänger waren in den Augen des Erbauers ein Makel. Natürlich nur, wenn er tatsächlich mal auf diese Welt herabblicken würde. Ach. Lasst uns doch über etwas anderes reden. Ja? Mhm. Haven ist schon seltsam, oder nicht? Nun, auch ich hatte eigentlich etwas anderes erwartet. Was bist du über Haven und seine Einwohner? Sie nennen sich selbst Jünger von Andraste und sind ihr völlig ergeben. Es grenzt bereits an Fanatismus. Sie müssen hier sein, um die Urne zu beschützen. Aber sie sprechen von Andraste, als wäre sie noch am Leben. Wäre das möglich? Ich bin alt genug, um zu wissen, dass alles möglich ist. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Was haben die doch nur damit euch gemacht? Sie wollten persönliche Informationen über mich herausbekommen, wo ich aufgewachsen bin und so. Sie wollten einen falschen Genitivien der Wendermann schreien. Woher wisst ihr das? In eurem Haus war jemand, der sich als Raylan ausgab. Ausgab? Was ist mit dem echten Raylan geschehen? Es tut mir leid, er ist tot. Ach, der arme Raylan. Ich hätte dich nie mit reinziehen sollen. Der Erbauer möge auf dich achten, mein Junge. Es tut mir leid, Bruder. Selbst als ich den Glauben an mich verloren hatte, glaubte er noch an mich. Ich werde die Erinnerung an ihn bewahren. Wolltet ihr sonst noch etwas sagen? Hm. Na gut. Was schwebt euch vor? Die Erste wird Al-Immen doch heilen. Al-Immen heilen? Ist er denn krank? Was ist geschehen? Nein. Äh, das ist jetzt gar nicht glücklich. Wichtig ist nur, dass wir ihn retten. Hoffentlich kann die Asche das. Ihre Wunderheilkräfte sind legendär. Es gibt Geschichten von geheilten Pilgern, Blinden, die wieder sehen und Lahmen, die wieder tanzen konnten. Vielleicht wirkt Andraste diese Wunder, aber es könnte auch nur der Glaube sein, wer an die Zauberkräfte der Asche glaubt, für den werden sie auch wirksam. Das könnte möglich sein. Aber darüber können wir reden, wenn wir die Asche haben und es dem Arm besser geht. So genug geredet, möchte ich meinen. Dann lauft los und beschafft das Mitaillon. Äh, ihr habt von diesem Mitaillon gesprochen? Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg, dann zeige ich es euch. Seid ihr sicher, dass ihr dafür stark genug seid? Es ist nicht weit und kann ich mich auf euch stützen? Für die Urne lohnt sich jeder Schmerz. Ich sehe erst mal nach, ob es draußen sicher ist. Gut, helft mir auf. Ich versuche uns nicht zu sehr zu behindern. Eigentlich will ich ihn nicht mitnehmen. was wäre unfair, schon so lange oder hat uns alles gesagt, was wir wissen wollen. Einst fugen die grauen Wächter auf den Rücken majestätischer Griffons in die Schlacht. Nach der letzten Verdirbnis nahm die Zeit der Griffons allerdings immer weiter ab, bis sie vor etwa 200 Jahren stets sich gänzlich aus starben die Armen